Du nimmst deine Sachen weg, die Hände weg. Na genau, was? Na ja, Mann. Zeh ich noch nicht an, da. Das gilt für mich. Nein, das gilt für mich. Ja, ne, ne, was da soll. Oh, ne. Mach das ne Ansage. Ja. Ne, ne, ne. Nur nichts angehabt, was du hast. Nichts anderes mit der Achseinschneider. Das ist wohl ekelig. Der Haki hat das schon angehabt. Ja, und? Was denn gewachsen? Ja, klar. Mit der Hand. Spiech da mal, Mann. Wenn Schulden sind, Erben schulden. Außerdem muss der Kevin den gleich auch noch anziehen. Was? Das war ein Wort, ey. Das ist ein Wort. Nein. Den blauen natürlich. Nein. Der Ding ist gut. Welchen hast du nicht gesagt? Mach ein Video? Nein. Ich fotografiere dich nicht. Ja.